Und wirklich genau dieser Gedanke, den ich gerade erwähnt habe, irgendwann kommt jemand dahinter, dass ich das alles gar nicht kann. Boah, kennt ihr so Leute, die früher in der Schule immer gesagt haben, boah, meine Arbeit war bestimmt so schlecht oder guck mal hier mein Bild in Kunst, das ist doch voll hässlich, oder? Und die dann hinterher natürlich immer mega gut waren. Ich glaube, jeder kennt sowas, oder? Ich habe direkt auch irgendwie zwei, drei Leute im Kopf aus meiner Schulzeit. Aber was ist eigentlich, wenn jemand wirklich glaubt, dass er oder sie schlecht abliefert und schlecht in einer Sache ist? Und das nicht nur so einmalig, sondern wo sich das so durchs ganze Leben zieht. Und einfach da die Eigenwahrnehmung, wie man selber irgendwie performt oder wie man Dinge macht, einfach so viel schlechter ist, als wie man wirklich ist in einer Sache. Das gibt es auch und das heißt Hochstapler-Syndrom oder auf Englisch Imposter-Syndrom. Also jemand mit dem Hochstapler-Syndrom, der oder die stapelt einfach immer viel zu tief. Also der glaubt immer, ein Hochstapler zu sein, also etwas vorzugeben zu können, was er oder sie eigentlich gar nicht kann. Aber dabei kann er oder sie das. Und obwohl das jetzt Syndrom heißt und wir diesen Begriff eher so aus der Medizin oder Psychologie kennen, ist das Hochstapler-Syndrom an sich jetzt keine Krankheit oder keine Störung mit Krankheitswert, würden wir sagen. Natürlich hat, das könnt ihr euch bestimmt vorstellen, wenn ich immer glaube, das, was ich mache, ist eigentlich fake und irgendwann wird es rauskommen, dass es nur fake ist. Das macht natürlich was mit der Psyche, das ist ja ganz klar. Also es hat auch wahrscheinlich super oft mit einem eher geringen Selbstwert zu tun in dem einen Bereich, den ich mache. Und natürlich kann ich dafür auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Aber eine Diagnose Hochstapler-Syndrom gibt es in dem Sinne nicht. Vielleicht ganz kurz meine persönliche Story, weil ich ja auch als Fotografin tätig bin und mir das Hochstapler-Syndrom da persönlich auch begegnet, aber auch tatsächlich richtig, richtig vielen kreativen Kolleginnen und Kollegen, die ich so kenne. Also wenn wir uns mal so darüber unterhalten, was wir eigentlich so machen, erlebe ich ganz wenige Leute, die wirklich hundertprozentig überzeugt davon sind, was sie tun. Also wenn jemand einen richtig, richtig guten Job gemacht hat, als Fotografin jetzt zum Beispiel, sind da immer noch so Zweifel. Kann ich das eigentlich wirklich? Ich habe doch nur irgendwas gemacht, was ich mir irgendwie so dachte, zum Beispiel. Und im kreativen Bereich ist das halt gerade so krass, weil da natürlich der Beruf, also die Kreativität, total eng auch mit der Identität verknüpft ist. Also das, was ich kreativ mache, hat auch immer irgendwie einen starken Zusammenhang damit, wer ich bin und was mich so ausmacht. Und genau deswegen ist ja das Hochstapler-Syndrom in diesem Kontext von kreativen Berufen oder von kreativen Menschen, glaube ich, das ist jetzt keine Studie oder so, aber einfach auch so oft, weil da ja wirklich der Selbstwert, Identität so eng mit dem zusammenhängt und einfach darin geknüpft ist, was ich halt so mache, was ich auf die Beine stelle. Weil ich ja als kreativer Mensch immer auch viel von mir selber so in meine Arbeit lege. Und wenn ich da vielleicht generell sowieso ein bisschen unsicher bin, dann kommt es natürlich auch zu so Gedanken wie, weiß nicht, also ist das, was ich mache, überhaupt richtig? Kann ich das überhaupt wirklich? Oder mache ich mir und vor allem viel schlimmer allen meinen Kunden eigentlich nur was vor? Und das macht es halt auch total schwierig, weil ich selber glaube in dem Moment dann vielleicht schon, dass ich einfach vielleicht das gar nicht so gut kann. Dann sagt mir aber jemand, doch, das hast du richtig, richtig gut gemacht und auch das kann ich nicht annehmen und gebe es halt direkt wieder weg sozusagen. Das heißt, es ist relativ schwierig für jemanden, der wirklich krass an Hochstapler-Syndrom leidet, irgendwann mal zu checken, oh ja, ich mache ja irgendwie doch einen guten Job. Ich bin irgendwie doch was wert in dem, was ich mache. Was kannst du denn jetzt machen, wenn du das Gefühl hast, oh Mist, irgendwie wurde ich gerade ertappt oder irgendwie kenne ich mich da in einigen Stellen wieder? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass du dir wirklich mal überlegst, was würdest du vielleicht zu einem Freund oder einer Freundin sagen, der vielleicht das Gleiche machen würde wie du. Also wie würdest du demjenigen Feedback geben? Was würdest du vielleicht dazu sagen, was der so auf die Beine stellt? Weil was viele Menschen erleben, die das Hochstapler-Syndrom haben, ist, dass sie mit anderen viel weicher sind und viel großzügiger als mit sich selbst. Und deswegen ist das ein schöner Abgleich, mal zu schauen, was würdest du vielleicht zu einer Kollegin sagen oder zu einer guten Freundin, wenn die jetzt an deiner Stelle wäre. Und dann überleg einfach mal, ob du vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld hast, die du mal ehrlich um Feedback oder Kritik oder auch positives Feedback mal bitten kannst. Vielleicht ist es ja sogar möglich, denen vorher zu erzählen, dass du einfach starke Selbstzweifel hast. Und ich bin mir sicher, die werden dich dann nicht anlügen, wenn die dich wirklich mögen. Also die werden dir dann wirklich sagen, was sie denken. Und auch gerade das Positive werden sie dir dann einfach sagen. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, ganz langsam, wenn du das mit den Freunden vielleicht ab und zu immer mal wieder machst, ja ein Stück weit daran auch selber zu glauben. Eine große Hilfe persönlich ist mir da auch mein Glauben. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich durch die Bibel und Gottes Aussagen, die ich darin irgendwie lese, einfach ganz viel Wertschätzung so rauslese und erfahre. Wenn Gott dann zum Beispiel zu seinem Volk irgendwie sagt, ihr seid mir total wichtig. Es gibt da zum Beispiel diese eine Bibelstelle, die in Jesaja steht und mir gerade in meiner Jugend, wo ich total unsicher war in vielen Bereichen, super viel bedeutet hat. Da steht so was wie, du bist kostbar in meinen Augen und ich liebe dich. Und das ist ja mal eine absolut pure Wertschätzung. Und ich nehme das auch einfach so an, als Gottes Aussage an mich, dass ich gesehen bin, dass ich gewertschätzt bin, dass ich wertvoll bin, dass ich kostbar bin und dass das, was ich mache und was ich einfach bin, was mich ausmacht, dass das kostbar ist. Und mir hilft das total, auch in Situationen, wo ich ein bisschen unsicher bin, mir das einfach nochmal so in den Kopf zu rufen. Was sind denn Aussagen Gottes über mich? Und ja, dann vielleicht auch wirklich diese Unsicherheiten nochmal zu hinterfragen und zu schauen, stimmt es denn wirklich, wie schlecht ich über mich denke? Oder ist da nicht doch irgendwie ein Funken dran an der Wertschätzung, die andere mir geben, die ich von Gott irgendwie erfahre? Und ja, dann wünsche ich mir einfach auch in den Situationen, dass ich dann auch warmherziger mit mir selbst sein kann. Hattet ihr selber schon mal das Gefühl, dass ihr irgendwie jemandem was vormacht? Dass ihr die Dinge, die ihr macht, eigentlich vielleicht gar nicht könnt und es irgendwann rauskommt? Oder kennt ihr Leute, die das Hochstapler-Syndrom haben? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich freue mich, von euch zu lesen. Wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche euch noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.